Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Arbeiten mit Räumen im Spirit Architektursystem. Im zweiten Teil zu diesem Thema werden wir uns mit den Raumdateien befassen. Sie werden erfahren, was Raumdateien sind und wie Sie diese verwenden und anpassen können. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Räume abgesetzt, bearbeitet und angepasst werden können. Zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Ostermeier. Ich bin Supporter im Bereich CAD und seit 2012 bei der Softech GmbH. Sollten im Verlauf des Webinars Fragen auftreten, schreiben Sie Ihre Fragen gerne in das Chatfenster auf der rechten Seite. Wir werden Ihre Fragen nach dem Webinar umgehend beantworten. Und nun viel Spaß im nun folgenden Webinar. Zu Beginn unseres Webinars möchte ich kurz auf den Raum im Architektursystem von Spirit eingehen. Der Raum ist eines der komplexesten Bauteile im Architektursystem. Über einen Raum werden viele Informationen, insbesondere Flächeninformationen zur Mengenermittlung und Auswertung bereitgestellt. So kann die Wohnflächenermittlung nach der Wohnflächenverordnung oder eine allgemeine Flächenermittlung in Anlehnung an die DIN 277 erfolgen. Mehr dazu im dritten Teil dieser Webinarreihe. Im Menü Raum können Raumkonturen selbstständig gesucht oder manuell definiert werden. Ein ebenfalls definierbarer Raumstempel zeigt die gewünschten Informationen zum Raum in der Zeichenfläche an. Die Raumstempel wurden ausführlich im ersten Teil dieses Webinars Arbeiten mit Räumen behandelt. Eine Polylinie bildet die Kontur eines Raumes und dient als Grundlage für die Berechnung der Raumwerte. Jedem Raum sind Putzdicke, Fußbodenaufbau, Deckenunterbau zugeordnet, deren Werte in Berechnungen und Darstellungen berücksichtigt werden können. Ebenso verfügen Räume über Eigenschaften wie zum Beispiel die Zuweisung nach DIN 277. Was genau ist nun eine Raumdatei? Ein Großteil der eben erwähnten Eigenschaften eines Raumes kann in einer Raumdatei vordefiniert werden. Diese Raumdateien werden als Bauteile im Explorer in der Struktur unter Räume aufgelistet. Die Struktur in diesem Ordner orientiert sich an der DIN 277 und ist unterteilt in Nutzungsflächen, Technikflächen und Verkehrsflächen. Zusätzlich sind die gängigsten Räume für eine Wohnflächenberechnung in einem weiteren Ordner zusammengefasst. Wie kann eine Raumdatei verwendet werden? Aus dem Raummenü heraus kann über die Taste Backspace oder die Rücktaste der Explorer aufgerufen werden. Dieser öffnet den zuletzt verwendeten Ordner der Raumstruktur und von hier kann eine Raumdatei ausgewählt werden. Dies geschieht mit der Schaltfläche öffnen. Eine weitere Möglichkeit, um einen Raum auf Grundlage einer Raumdatei zu erzeugen, bietet das sogenannte Track & Drop. Eine beliebige Raumdatei kann aus dem Explorer heraus mit gedrückter linker Maustaste auf die Zeichensfläche gezogen werden, um somit einen Raum zu erzeugen. Auf diesem Weg wird das Raummenü geöffnet und der Raum kann abgesetzt werden. Sobald die Raumkontur definiert ist, kann der Raumstempel abgesetzt werden. Der auf diesem Wege erzeugte Raum übernimmt die in der Raumdatei vordefinierten Werte, wird ein entsprechender Raumstempel verwendet, erscheinen diese Eigenschaften auch auf der Zeichenfläche. Wir gehen hier ein bisschen näher an die Zeichnung heran und sehen, dass z.B. in diesem Raumstempel die Vorgaben und Werte nach DIN 277 aus der Raumdatei übernommen wurden und mit dem hier verwendeten Raumstempel in der Zeichenfläche angezeigt werden. Die Raumdatei liefert vordefinierte Werte für Fußbodenaufbau, Putzdicke, Bodenaufbau oder Deckenunterbau. Beim Absetzen des Raumes kann auch definiert werden, dass anstelle dieser vordefinierten Werte globale Werte für Putzdicke, Bodenaufbau oder Deckenunterbau verwendet werden und diese Werte können durch Klicken auf den entsprechenden Wert geprüft oder über Eingabe im jeweiligen Feld vordefiniert werden. Sind diese Werte hier gesetzt und diese Optionen entsprechend aktiv, es können auch jeweils nur ein einzelner Wert hiervon aktiviert sein, z.B. der Bodenaufbau, wenn ich weiß, dass ich z.B. einen erhöhten Fußbodenaufbau von 25 cm für eine Fußbodenheizung benötige, aktiviert sein. Werden jetzt Räume abgesetzt, werden die hier selektierten Werte übernommen und ersetzen die vordefinierten Werte in der Raumdatei. Beim Absetzen werden für den Raum folgende Elemente erzeugt. Es werden erzeugt eine Raumbegrenzungslinie, Raumnetto und Raumbrutto sowie der Raumstempel auf der Folie Raum sowie der, auf der, auf der, sowie die Polilinie Wohnfläche auf der Folie Wohnfläche, jeweils der aktiven Ebene. Die Wohnfläche dient hierbei als Grundlage zur Berechnung der Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung und wird mit einem eventuell vorhandenen Wert für die Wohnflächenanrechnung multipliziert. Wie können jetzt solche Raumdateien angepasst und so eigene Raumdateien erzeugt werden? Um eine Raumdatei anzupassen, kann diese über Datei öffnen oder über Doppelklick auf die jeweilige Datei im Explorer geöffnet werden. In dem geöffneten Bauteil können jetzt im andruckbaren Dialog bearbeiten Standardwerte für einen mit dieser Raumdatei erzeugten Raum festgelegt werden. Es können zum Beispiel Standardwerte für Raumnummer, eine Bemerkung, Deckenbelag, Wandbelag, Fußbodenleisten oder Bodenbelag als Textwerte hier vordefiniert werden. Die DIN-Zuordnung des Raumes erfolgt über Auswahlmenüs und die Werte für Fußbodenaufbau, Putzdicke, Deckenunterbau und Wohnflächenanrechnung werden als Zahlenwerte eingegeben. Diese Werte können auch nachträglich in der Zeichnung über den Objektinspektor oder den Dialog Raum angepasst werden. Sie werden lediglich als vordefinierte Werte beim Erzeugen des Raumes übernommen. Die Darstellung auf der Zeichenfläche dient lediglich als Grundlage für die Vorschau der Raumdatei im Explorer. Hier wird unter anderem eine Variable verwendet, die den Zeichnungsnamen anzeigt und somit auch in der Dateivorschau übernommen wird. Wurden alle gewünschten Änderungen vorgenommen, kann die Zeichnung gespeichert werden. Wir empfehlen hierbei die angepassten Raumdateien unter einem neuen Namen in einem neuen Ordner abzuspeichern. Die vorhandenen Ordnerstrukturen können nach Belieben ergänzt werden, zum Beispiel um Unterordner für bestimmte Projekte anzulegen. Wir können hier exemplarisch einige Werte eintragen. und können diese Datei unter einem neuen Namen abspeichern. ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie sehen, dass aufgrund der aktivierten Option für Putzdicke die globale Putzdicke verwendet wird, daher der große Abstand an dieser Stelle. Mit der Funktion STRG-I ident auf den Raumstempel können wir uns die Eigenschaften des Raumes im Dialograumes im Dialograum genauer anschauen und sehen, dass jetzt hier die Ausgangswerte für Bodenbelag, Wandbelag und Deckenbelag aus der soeben angepassten Raumdatei übernommen wurden. Wie können jetzt bereits abgesetzte Räume bearbeitet werden? Die Geometrie von bereits abgesetzten Räume kann über Raum bearbeiten, Kontur bearbeiten, angepasst werden. Hier stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel Ecke hinzufügen, Kanten bewegen oder auch Kante entfernen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Element direkt zu selektieren. Wie hier am Beispiel von dem Flur und mit den bekannten 2D-Funktionalitäten die Konturen anzupassen. Zum Beispiel über die Objektgriffe, Kante bewegen oder auch über Anpassungen wie zum Beispiel das Strecken kann diese Raumkontur angepasst werden. Ich könnte zum Beispiel auch nicht mehr benötigte Punkte aus der Raumkontur entfernen. Wenn zum Beispiel lediglich die Putzdicke eines Raumes geändert werden soll, ist dies auch möglich. Im Menü Raum überbearbeiten lässt sich der Nettoraum bearbeiten. Hier kann ich eine neue Putzdicke definieren und kann entweder alle Seiten oder einzelne Seiten eines Raumes bearbeiten. An dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn die Kontur des Bruttoraumes angepasst wird, wird das Element Raum netto neu erzeugt und eventuell vorgenommene Anpassungen an einzelnen Wänden müssen gegebenenfalls erneut vorgenommen werden. Wurden die Räume über die Option Folge Wand erzeugt und die Konstruktion wird geändert, können die Raumkonturen über eine entsprechende Option automatisch angepasst werden. In unserem Beispiel blenden wir zunächst die Raumfolie aus, verschieben dann die Trennwand zwischen Bart und Ankleide um wenige Zentimeter und aktivieren die Raumfolie erneut. Jetzt können wir über das Menü Architektur Raum bearbeiten und die Funktion Anpassen, die betroffenen Räume an die neue Geometrie anpassen lassen, ohne dass wir manuell die Konturen korrigieren müssen. Weitere Raumeigenschaften können entweder über den Objektinspektor oder über den Dialog Raum angepasst werden. Um das Element Raum brutto zu selektieren, wählen Sie dieses Element mit dem Auswahlcursor aus. Alternativ dazu können Sie mit Identifizieren, also der Tastenkombination Shift-I, auf den entsprechenden Raumstempel klicken. Und auch auf diesem Wege wird der Dialog Raum sowie der Bruttoraum im Objektinspektor selektiert. Hier können jetzt entsprechende Eigenschaften angepasst werden, wie zum Beispiel die Werte für Bodenbelag, Wandbelag oder auch Deckenbelag. Oder zum Beispiel kann hier eine Raumnummer vergeben werden. Ähnliches gilt für eine Bearbeitung über den Objektinspektor. Auch hier wäre es möglich, diese Raumnummer zu hinterlegen. Und auch diese Information würde in einem entsprechenden Raumstempel auftauchen, indem diese Information zur Raumnummer hinterlegt ist. Dies war unser Webinar zum Thema Raumdateien im Architektursystem von Spirit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und möchte auf den dritten Teil unserer Webinarreihe hinweisen zum Thema Arbeiten mit Räumen im Spirit Architektursystem. Dann werden wir einen genaueren Blick auf die Auswertung von Räumen und das Zusammenspiel zwischen Zeichnung und Auswertung werfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017